Einer der letzten Beschlagschmiede des Vorderhundsrücks lebt in Mörschbach. Einige wenige Bauern aus den Dörfern der Hochfläche zwischen Sohnwald und Bingerwald, die noch bis heute mit Zugtieren arbeiten, finden hier Gelegenheit, ihre Tiere beschlagen zu lassen. Als Zugtiere wurden früher hauptsächlich Ochsen und Kühe verwendet. Dieses Kuhgespann kommt aus dem Nachbardorf Ellern. Die Klauen der Zugtiere müssen mit neuen Tritteisen versehen werden. Das Anwesen des Schmiedes unterscheidet sich nicht von den üblichen Bauernhöfen. Die von der Straße aus direkt zugängliche Werkstatt ist in einem kleinen Anbau neben der Scheune untergebracht. Der Standplatz für die Tiere befindet sich in einem überdachten Vorraum. Hier war früher auch der sogenannte Notstand. Ein Gestell, in das man ungefügige Tiere, vor allem Ochsen, zum Aufschlagen der Eisen einsperren konnte. Eingefahrene Kühe brauchen nur mit der Halskette angebunden zu werden. Um Verletzungen zu verhindern, nimmt man die Zugjoche von der Stirn weg. Vor Beginn seiner Arbeit sieht sich der Schmied die Klauen der Tiere an. Nach Zustand und Größe der Zehen wählt er aus seinem Vorrat die passenden Eisen. Auf einem kleinen Werktisch bringt er alle erforderlichen Geräte heraus. Zunächst sind die verschlissenen Eisen zu entfernen. Dieses sitzt noch sehr fest in den Nägeln, die mit Stahlklinge und Hammer durchgeschlagen werden. Jetzt lässt sich das alte Tritteisen mit der Beißzange herunterziehen, wobei vorne die Verklammerung aufgebogen und gelöst wird. Bei den Fahrkühen werden in der Regel lediglich die Vorderfüße mit Eisen versehen, und zwar meist nur an den äußeren Zehen. Die Außenklaue wird jetzt mit der Hauklinge für das neue Eisen zugerichtet. Das nachgewachsene Horn muss sorgfältig entfernt werden. Es bleibt so viel stehen, dass die Nägel nicht ins Leben, das heißt in den Fuß eindringen können. Die Schnittfläche wird anschließend mit dem gebogenen Hufmesser sauber ausgeputzt. Während man die Klaueneisen bei den viel schwereren Ochsen meist aufbrennt und so einen festeren Sitz erreicht, werden sie bei den Fahrkühen nur kalt aufgenagelt. Damit sich die Hufnägel im Horn nicht krumm schlagen, hat der Schmied sie vorher mit Öl eingefettet. Früher stach man sie vor dem Einschlagen in den eigens hierfür aufbewahrten Schweinen-Nabel. Beim Nageln werden sogar die geduldigen Fahrkühe unruhig, obwohl sie an das Beschlagen gewöhnt sind. Die Tritteisen haben am äußeren Rand vier vorbereitete Nagellöcher. Die kantigen Nägel müssen so eingetrieben werden, dass sie schräg durch die Hornschicht dringen und seitlich heraustreten. Der Schmied kneift die Nagelspitzen mit der Beschlagsange so weit ab, dass kurze Stümpfe stehen bleiben, die in das Klauenhorn hinein umgenietet werden können. Je fester sich die Nagelenden einkrallen, umso unverrückbarer sitzt das Eisen. Vorne wird das Tritteisen von einer nasenartigen Schelle gehalten, die über die Klauenspitze hinweg greift. Sie kann nur am aufgesetzten Fuß mit dem Hammer umgebogen und festgeklammert werden. Die Schelle muss so eng anschließen, dass zwischen Klaue und Eisen keine Steine eindringen können. Damit ist der linke Vorderfuß fertig beschlagen. In der gleichen Weise wiederholt sich die Arbeit am rechten Fuß. Der Bauer leistet beim Beschlagen Hilfestellung. Doch dies reicht in den meisten Fällen nicht aus. Man bindet den Fuß mit einem Seil, das über den Nacken der Kuh geführt und auf der anderen Seite von einem zweiten Mann gehalten wird. Auf diese Weise zwingt man das Tier, bewegungslos zu verharren. Bei der Arbeit stützt der Bauer den Fuß des Tieres mit seinem Oberschenkel ab. Im Herbst, wenn Rübenblätter gefüttert werden, gibt es beim Beschlagen viel Belästigung durch den Kuhmist. Die Tritteisen werden immer paarweise in gleicher Größe hergestellt. Der Schmied hat davon eine größere Menge auf Vorrat. Zugvieh mit weichem Horn an den Klauen, das sich bald abtritt, muss auch an den inneren Zehen beschlagen werden. Für Fahrkühe und Zugochsen mit schlechtem Gang, welche die Füße beim Tritt auswärts drehen, gibt es Eisen mit einer zusätzlichen seitlichen Schelle. Beschlagschmiede kennen sich meist auch mit den Fußkrankheiten der Tiere aus und wissen die Klauen und Hufe zu pflegen. Hier werden die langgewachsenen Spornklauen, die den Gang behindern können, mit der Klauenzange beschnitten. Ich ziehe ihn aber ab. So, ab. So, jetzt können wir an, wir haben an die Leiter. Die Fahrkühe werden in der Regel bei allen Arbeitsverrichtungen paarweise eingespannt. Es gehört viel Erfahrung dazu, zwei Tiere so anzulernen, dass sie einträchtig miteinander im Joch gehen. Auf dem Hunsrück, wo das zum Bespannen vorzüglich geeignete hellbraune Glanvieh gehalten wurde, hatten sich die Bauern auf das Anlernen der Fahrkühe spezialisiert. Die zugfesten Tiere, die einen besseren Preis erzielten als Mastvieh, wurden auf vielen rheinischen Viehmärkten gehandelt. Hunsrücker Fahrkühe waren wegen ihrer Genügsamkeit und Ausdauer sehr begehrt. Wegen der Milch, die sie trotz ihrer Arbeitsleistung gaben, wurden sie auf den kleinen und mittleren Bauernhöfen, die sich keine Pferde leisten konnten, lieber gehalten als Zugochsen. Das Zugvieh wird in der Regel zweimal im Jahr beschlagen. Zuerst vor der Haferaussaat im Frühling und dann im Herbst vor Beginn der Feldbestellung. Wenn die Tritteisen erneuert sind, beschneidet der Schmied noch die Klauen an den Hinterfüßen. Da sie ohne Eisen bleiben, tritt sich das Horn an ihnen häufig krumm. Damit sind die Fahrkühe bis zum nächsten Beschlagen wieder einsatzfähig. Dies hier ist das letzte Kuhgespann in der näheren Umgebung von Mörschbach. Für den über 70 Jahre alten Bauern, der keinen Nachfolger für seinen Hof hat, lohnte sich die Anschaffung eines Traktors nicht mehr. Wenn er seine Landwirtschaft aufgibt, wird man hier keine Kühe mehr sehen können, die vor dem Wagen oder Pflug gehen. Der Mörschbacher Schmied hat sein Handwerk bei seinem Vater gelernt, der hier schon als Dorfschmied tätig war. Mit dem Kettenzug bedient sein Sohn den auf dem Dachboden der Werkstatt untergebrachten, reich verzierten Blasebalg, mit dem das Schmiedefeuer angefacht wird. Während Hufeisen für Pferde halbfertig geliefert wurden und nur noch angepasst zu werden brauchten, müssen Kuheisen, die hier in verschiedenen Fertigungsstufen zu sehen sind, wie auch die größeren Ochseneisen ganz in der Dorfschmiede hergestellt werden. Ausgangsmaterial sind schmiedeeiserne Stäbe von 8 x 40 mm Stärke, die aus den Hütten an der Saar kommen. Das Stabeisen wird an einem Ende im Schmiedefeuer glühend gemacht. Wenn ein hell leuchtendes Rot erreicht ist, womit sich die richtige Schmiedehitze anzeigt, bringt der Schmied das Eisen schnell auf den Amboss. Zur Herstellung der Klaueneisen sind fünf Arbeitsgänge erforderlich, denen jeweils ein Glühen im Schmiedefeuer vorausgeht. Zunächst muss an der Stange die rohe Form abgeschmiedet werden. Nachdem die Spitze provisorisch angelegt ist, treibt der Gehilfe das Eisen mit dem 10 Pfund schweren Vorschlaghammer in die Breite. Der Schmied fällt mit seinem Handhammer in den Schlagrhythmus ein, um am Hochkant gedrehten Stück den äußeren Bogen vorzuformen. Mit kräftigen Schlägen im Wechsel zwischen Vorschläger und Schmied arbeitet man die Flächen des langsam erkaltenden Eisens nach. Nun kann das rohe Stück mit der Schrothaue an der Ambosskante vom Stab abgetrennt werden, der zum Ausschmieden des nächsten Eisens ins Feuer zurückgebracht wird. An der großen Anzahl der verschiedenen Schmiedezangen erkennt man, wie vielseitig die Arbeit des Dorfschmiedes früher war. Außer den Beschlägen für landwirtschaftliche Geräte und Ackerwagen sowie den Ketten und Kettenteilen für das Zuggeschirr hatte er zum Beispiel auch den Pflug und die Pflugscharen herzurichten. Klaueneisen für Kühe und Ochsen wurden im Winter auf Vorrat geschmiedet. Im Sommer, wenn zum üblichen Tagewerk noch die nebenher betriebenen bäuerlichen Arbeiten kamen, blieb hierfür keine Zeit. Wenn genügend Rohlinge vorbereitet sind, beginnt der Schmied mit dem Ausschmieden in der Form. Das ist Feinarbeit, die viel Erfahrung und eine genaue Kenntnis von der Beschaffenheit der Rindviehklauen voraussetzt. Sie wird daher vom Schmied selber ausgeführt. In der ersten Hitze bearbeitet er den Ballen oder den breiten Teil des Tritteisens. Dazu ist der Amboss bereits mit dem Abschroteisen ausgerüstet. Zunächst müssen die hinteren Ecken abgeschlagen werden, sodass sich ein gerundeter Abschluss ergibt. Nachdem die Flächen nochmals von beiden Seiten ausgehämmert sind, wobei die Innere eine leichte Krümmung bekommt, vervollkommnet der Schmied die abschließende Rundung. Eine zweite Hitze für die Spitze des Klaueneisens schließt sich an. Unter den Hammerschlägen gewinnen die Innen- und Außenfläche im vorderen Teil sowie der Klauenbogen die genauere Form. Dann wird die vorstehende Schelle überarbeitet. Mit ihr klemmt man beim Beschlagen das Tritteisen auf der Klaue fest. Im nächsten Arbeitsgang, für den das halbfertige Eisen nur rotglühend gemacht wird, legt der Schmied die vier Nagellöcher an, die er mit einem Setzhammer vorbereitet. Auf dem eichenden Ambossstock schlägt er sie von der Rückseite mit dem Nageleisen durch. Anschließend werden die aufgestülpten Ränder auf der Ambusplatte sauber beigeschlagen. Dies ist die fünfte Hitze für die abschließende Arbeit, bei der das Eisen endgültig fertig wird. Damit sich die Schelle besser an die Klaue anpassen kann, wird sie ausgedümmt und verbreitert. An der Ambosskante in rechtwinklige Stellung gebracht und auf der Rundung des Ambosshorns leicht nach innen gewölbt. Mit den letzten Hammerschlägen in die Krümmung auf der Innenseite des Ballens richtet der Schmied das Kuheisen, das bis zum Beschlagen zum Vorrat gelegt wird. Als nach dem letzten Krieg allein in Mörschbach 40 bis 50 Kuhgespanne, dazu 10 bis 12 Ochsengespanne gingen, wurden in der Dorfschmiede jeden Winter über 1000 solcher Eisen hergestellt. Der Peter Thunberg Der Peter Thunberg Der Peter Thunberg Vielen Dank.